Oh, wir müssen uns durchzwängen. Das muss man gerade so durchschärmen. So, wie sieht's denn aus? Der Halsabschneider! Oh, geil, wie der Einer schon so angerannt kommt. Also da brischt keinem, ja. So. Ist das da cool? Ja. Kannst du den Feuer machen, der oben hier rumchillt auf dem Steak? Ja. Ist der weg? Ist das da weg? Ja, da ist doch auch da drüber gelaufen. Jawohl, 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 schönes Ding. Alter, wie der von Helm bekommt, oder? Ja, ich hab den Linken leider noch mal mit dir weg. Ah, da lebt noch. Auf jeden Fall ist Lila das droppen lassen, der Boy. Das hat er sich, denke ich, auch noch vorgestellt, wo der lang gelogen ist, ja. Ah, da geht's schon wieder weiter, alter. Boah, was ist denn hier los? Ja, wo ist denn der Komlade? Ja, wo ist denn der Komlade? Ja, wo ist denn der Komlade? Oh, wir sind dicker. Ich hab den Downer, dem ich auch wieder. Der Einäscherer, ist das der? Ne. Ist nicht der, der Endbus. Ja. Hat ja gar nix getankt worden. Ich muss ihn nur so, bevor wir hier ausschalten. Das ist der Böse, okay. Wo immer eier ich denn hier jedes Mal rum? Was du? Oh, ja. Ja, hä? Warum krieg ich den Damage? Hier ist gar nix los. So, jetzt vier. Ah, ich werde da. Der Boy ist von mir, okay. Da hängt aber nicht grad viel, alter. So, wo ist denn jetzt wieder der Boy? Jetzt ist es wieder hier oben. Öffne das Tor. Achso, hä? Was war denn nach vorne? Was ist denn hier so? Skalbell König. Wahrscheinlich sind die Vortruppen, die jetzt immer kommen, ohne Willknecke. Jawohl. Jawohl. Jetzt kommt hier alles an der Hand. Ne genau, Alter. Die wollen es ja bleiben hart wissen. Oh, was hier los ist. Knall den hier so. Eieieieieieiei. Alter, die Wolken. Komm mal mit zu mir. Wir könnten die hier schön abpacken, ja. Weil ja so ein Durchgang ist. Ich muss da rauskommen. Alter, was ist denn mit dem Boy los? Hat er gedoopt? Ich dachte, das ist der Skalbell König. Der ist aber richtig offen. Nachkampf gekrimmt, oder? Das ist so. Ich geh nach dir. Ja, roll. Du machst eine Rolle zurück. Dann roll da vorwärts. Dann fetzt man da vorwärts. Das ist alles von Helden, ja. Alter, was hier rumschiebt. Fuck. Du kannst mich nicht wiederholen, ne? Aber wenn du den Skalbell König hast, dann wirst du schon. Das kommt bei dir ein Haufen Nachkampfzeug, Alter. Aber die, die sitzen gar in ihrem Glitch. Die fühlen es gleich richtig, wenn rauskommen hier. Verbindung weg. Ja, ich versuche, ob ich schon nicht bleiben kann. Was hier? Ist das überhaupt ernst, Alter? Hallo? Ja, hallo. Alter, verhalte. Wie die mir geben. Das sind doch irgendwie andere Leute jetzt noch. Die sind ja schon eingeäschert. Kommt die ja schon an. Ja, ne. Aber die nehmen dich hier volles Palett unter den... Ja, besonders. Ja, genau. Übertreib, Junge. Übertreib. Ey, wie weit die Mörser gehen. Du hast ja gar keinen Rückzugsort, ey. Wo, egal wo du in welche Deckung gehst. Du bist Support on Fire. Ey, da ist grad Bellboy. Das sind noch zwei noch. Ich muss dich einladen. Ich denke. Okay. Da kannst du dir beitreten. Ich kann dir beitreten. Ich kann dir beitreten. Nein, leider nur geschickt, Alter. Ich hoffe, das geht jetzt einfach ganz normal weiter. Ich hoffe mal, weil ich hab ja den Endboy. Okay. Du bist am... Am Schlawittel, ja. Ja, der snipet halt. Da ist halt... Keine Ahnung. Ja, genau. Pack deine scheiß Dinger weg, Alter. Ja, moin. Ja, Sniper-Hit real, Alter. So, da. So, da. Oh, endlich, Alter. Ja, genau. Da kommt das andere Viehzeug an gerade. Ey, die haben dir hart gegeben. Das sagst du dir. Hier, wie weit die Dinger kommen? Die muss er. Ja. Ja, guck mal, du hast ja keinen Rückzugsort, bist du, ne? Ey, der Mörderfreund hier. Der muss weg. Jetzt, äh. Jetzt kannst du dich wahrscheinlich ruhig bewegen hier. über die Map. Du überlegst, wir hätten hier vorgehen müssen, na? Hier hin. Na, hier hätten wir vollkassiert. Hätten wir nicht gepackt. Ja, wo ich mein... Das ist halt krank. Jetzt kommt Wittlers in Mörserfreu. Ist das denn ernst? Irgendwann ist ja eh noch ein Eis. Also der Aufklärer. Der Aufklärer sind das Sniper-Hitlos. Okay. Ich weiß gerade, hab schon mal angetäuscht. Boah, weh. Holla, die Wald fehlt. Das war's knackig. Besonders kurzzeitig noch mal alleine. Oh, gut, dass du's durchgehalten hast. Ja, ich war ja froh, dass bloß der Boy hier war, wisst ihr? Weil... Boah, da tun wir mal eliminieren den Boy. Dazu noch ne Maske hat. Naja. War auf jeden Fall ganz schnell noch Struckle. Struckle-Spiel. Habt man auch mal gesehen. Spielt auf jeden Fall schön Server-Probleme. Bis zum nächsten Video, meine Freunde.